Sucht, Yahweh, ihr Gebeugten im Land, die ihr nach seinen Geboten lebt. Sucht Demut und Gerechtigkeit. Vielleicht bleibt ihr dann verschont, wenn Yahweh sein Gericht vollstreckt. Übrig lasse ich in dir ein demütiges und armes Volk, das seine Zuflucht sucht beim Namen Yahwehs. Den Rest von Israel. Menschen, die kein Unrecht tun und nicht mehr lügen werden. Sie wollen nicht mehr wissen von Betrug, sondern weiden wie eine Herde und lagern. Und niemand scheucht sie mehr auf. Also, die Kilo-Gerichtungen haben sie verwendet. So, was das noch nicht mehr passiert? Dann kommt dann weiter. Bewege die Kilo-Gerichtungen in einem Umkehrwerk. Akkorde der Kilo-Gerichtungen nicht mehr auf. Sie wollen nicht mehr Narbeiden aus, indem wir uns in der Kilo-Gerichtungen ein können. Und es ist ein der würde, was sie nicht mehr funktionieren. Und es ist das passiert, wenn ich nicht mehr Art und der Kilo-Gerichtungen habe. Das passiert ist dann weiter. Und ich bin nicht mehr. Und ich bin nicht mehr großartig. Ich bin nicht mehr so leicht, dass wir uns das, was zusammenge avons.